Servus Leute bei AAS24, eurem Kanal für alles, für den Sound im Auto, ihr könnt alle Artikel, die wir euch vorstellen, bei uns im Onlineshop kaufen unter www.as24.com und jetzt geht es darum, wie ihr an ein originales Werksradio entweder einen anderen Verstärker dran anschließt oder einen aktiven Subwoofer, wir haben die passende Lösung und die heißt AAC.3 von Helix und den stelle ich euch jetzt vor, wie das genau funktioniert und was der so alles kann. Du möchtest direkt einen Aktivwoofer, also einen Subwoofer an deinem Werks Autoradio ergänzen oder vielleicht sogar eine andere Endstufe einbauen, um deine neuen vorderen Lautsprecher in Zukunft nicht über das Radio laufen zu lassen, einfach nur mehr Dampf, eine Endstufe nachrüsten. Jetzt brauchen wir aber ein Signal vom Autoradio, wo wir erstmal abgreifen können, um den Sound mal zu haben, damit wir damit einen neuen Sound produzieren können. Unsere normalen Autoradios, hier Nachrüstradios von Alpine, Pioneer, JVC haben alle solche Cinch Ausgänge. Da ist es ein leichtes einfach mal ein Cinch Kabel zu nehmen und entsprechend zum Beispiel beim Subwoofer Ausgang von meinem Autoradio das Signal zu nehmen und in meinen Aktivwoofer auch hier rein zu fahren und damit ist soundtechnisch quasi schon alles erledigt. Unsere Werks Radios, also nicht unsere, sondern die von VW, Opel oder Mercedes, wem auch immer, haben solche Cinch Ausgänge nicht. Das bedeutet, wir könnten rein theoretisch mit so einer Cinch Leitung haben wir jetzt erstmal nichts zum anschließen. Ich weiß nicht woher ich dieses Signal holen soll. Da kommt jetzt unser Helix AAC.3 ins Spiel, das ist nämlich ein High-Low Adapter, der mir aus meinem Lautsprecherausgang vom Autoradio, und das hat jedes Autoradio, auch die DAX Radios haben zum Beispiel 4x50 Watt Ausgangsleistung für vorne links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts. Damit wir ein Signal abgreifen können, brauchen wir einfach nur ein Stereo Signal, zum Beispiel von den vorderen beiden Lautsprechern, einmal links und einmal rechts und die können wir hier abgreifen, da haben wir auch ein extra Video bereits darüber gemacht, wie man mit entsprechenden Adaptern ganz easy das hier drauf quetscht und das Signal hier abgreift mit jeden Mengen anderen Informationen, also ein Praxisbeispiel Video, wie ihr das im Fahrzeug macht, da haben wir Video Beschreibungstext, haben wir euch ergänzt mit dem entsprechenden Link auf dieses Video und wir haben euch auch bereits den AAC.2 mal vorgestellt, sicherheitshalber machen wir euch da natürlich auch den Link mit in den Video Beschreibungstext mit rein, wir haben aber jetzt die neueste Generation an High Low Adapter, den AAC.3, der gibt uns die Möglichkeit auf manche Tricks, die mittlerweile die VW oder BMW, die Autoindustrie auf jeden Fall probiert, uns ein Leben schwer zu machen, nennen wir es mal so, die haben nämlich mittlerweile am originalen Werksradio eine Impedanzüberwachung, das bedeutet, es wird kürz gecheckt, hängt vorne links auch wirklich jeder Lautsprecher dran, ist der auch in Ordnung, macht er das was er soll, wenn ja kommt da ein Signal raus und dann kommt Musik raus, sollte da kein Lautsprecher oder die falsche Impedanz dran sein, dann sagt das Autoradio von Werk ab, oh da scheint irgendwas nicht zu stimmen, den Ton schalte ich ab. Das ist natürlich jetzt bei solchen Nachrüstungen von solchen High Low Adaptern aus vorheriger Generation würde ich sagen, manchmal jetzt bei den neuesten Autoradios von Werk ab schwierig, weil die checken es noch nicht, dass sie dem Autoradio diesen Impuls praktisch zurückgeben muss, sonst kommt ja da kein Sound mehr raus, den ich auch abgreifen möchte. Unser AHAC Punkt 3 ist so intelligent, der spiegelt praktisch so ein Lautsprecher wieder, also unser Autoradio von Werk ab weiß jetzt, super da hängen unsere Lautsprecher dran, da kommt auch Signal raus, das kann ich hier abgreifen und habe meine Cinch Leitung zur Verfügung. Das ist genau das was wir brauchen und da ist der AHAC Punkt 3 auf dem neuesten Stand der Technik für die Technologie, die werkseitig von den Automobilherstellern eingebaut wird und damit auch immer dieses Teil funktioniert, weil nichts nervt mehr, als ich baue so ein High Low Adapter ran und irgendwie kommt da doch noch nichts raus. Also AHAC Punkt 3 für alles gewappnet, kann ich nur empfehlen, ist auch unser meistverkaufter High Low Adapter und arbeitet hervorragend. Der generiert nämlich auch mein Remote Einschalt Plus für meinen neuen Verstärker oder für den aktiven Subwoofer, der muss ja auch wissen, wann schalte ich überhaupt an, in der Regel dann, wenn ich das Radio anschalte oder ins Auto einsteige, der erkennt anhand von diesen Signalen, was ich ja hier abgreife, alles klar ich darf anschalten, gebe hier 12 Volt raus, das ist das alte Remote Kabel, was man früher an so einem Autoradio dran gehabt hat, so ein blaues Kabel, das war auch dafür vorbereitet, auch dieses Kabel haben Werksradios nicht, weil die eigentlich keine externen Sachen anschalten müssen, das rüsten wir ja jetzt erst nach oder du. und unser Alpine, JVC und Pioneer, die haben so ein Remote Ausgangskabel, mit dem schalte ich die Endstufe an und aus und mein Werksradio nicht, aber wir haben es jetzt mit unserem High Low Adapter, der jetzt erkennt, Signal liegt ja an, dann gebe ich jetzt auch hier 12 Volt raus und kann somit mein Device anschalten und auch wieder ausschalten, das einzige was wir jetzt noch brauchen ist ein Minus und ein Plus, damit die Elektronik von dem AAC Punkt 3 auch funktioniert, damit auf die Stromversorgung mit drauf klemmen und wunderbar und schon läuft alles. Unabhängig von der Funktionsweise des AAC Punkt 3 muss ich einfach mal erwähnen, der hat einen Übertragungsbereich von 18.000 bis 80.000 Hertz, das heißt, hier wird nichts rausgeschnitten, wir haben keinen Bassverlust drauf, das ist eine Güte vorm Herrn, das ist einfach geiles Ding. Sollte dir also jetzt klar sein, ja genau sowas habe ich vor, ich möchte meinen Aktivwoofer an meinem Werksradio ergänzen oder eine Endstufe nachrüsten, wo ich meine vorderen Lautsprecher mit neu betreiben mag, dann brauche ich einen High Low Adapter, im besten Fall den AAC Punkt 3 von Helix und wenn du jetzt sagst, ja eigentlich will ich den jetzt kaufen, den brauche ich lieber Olli, dann habe ich dir noch einen Zusatztipp, Zusatztipp, da hole ich jetzt nochmal ein bisschen aus, weil es gibt die Möglichkeit der Einstellvariante hier unten dran, ist ein ganz ganz kleines Poti, das ich auf Rechtsanschlag drehen kann, also Auslieferzustand ist Rechtsanschlag, ihr braucht rein theoretisch im ersten Moment gar nichts tun, dann ist der auf die DC Erkennung, das heißt, der AAC Punkt 3 erkennt automatisch an den Lautsprecherausgängen am Autoradio, da ist das Betriebssystem praktisch jetzt hochgefahren, der CAN-Bus im Auto sagt, System ist mal an, selbst wenn noch kein Signal, also keine Musiksignale drüber hörbar sind, das System fährt hoch, da ist eine gewisse Spannung hier drauf, die der erkennt und sagt, ja jetzt schalte ich schon mal an, das ist also das Beste, so funktioniert eigentlich in der Regel fast jede Anlage, wer aber sagt, ich habe einen Verstärker, der sehr viel Strom braucht, selbst wenn ich keine Musik höre, also ich habe mein Autoradio immer ganz leise und höre dann nur das Navi zum Beispiel, das will ich dann hören, dann gibt es die Möglichkeit dieses Poti etwas zurückzudrehen, so ein bisschen zurückdrehen, dann geht der aus diesem DC Modus raus, also gerade eben hat er noch automatisch erkannt, ja, da ist das Betriebssystem hochgefahren, wenn wir aus dem DC System rausgehen, dann brauche ich tatsächlich das Signal, das heißt, ich muss jetzt hier meine Musik aufdrehen und die hat eine gewisse Pegel, also von leise bis laut und das kann ich über das Potentiometer einstellen, wo die Schwelle ist, dass der AAC die Endstufe einschaltet, also unser Remote Signal ausgibt und wenn das relativ weit unten ist, dann schaltet die Endstufe natürlich erst aus und an, wenn eine kleine Schwelle schon erreicht ist oder erst wenn es ganz leise ist, je höher ich das einfahre, umso später oder früher schaltet die ein und aus, das hat den Vorteil, dass wenn ihr eine Endstufe habt, die sehr viel Ruhestrom braucht, zum Beispiel 1 Ampere Ruhestrom, so neue digitale Endstufen brauchen das erst gar nicht, ist gar nicht so schlimm, wie gesagt deswegen nochmal, DC ist eigentlich der Ursprungszustand, der bei fast allen Sachen funktioniert, wir reden hier nur von einer Ausnahme, wenn ich auf die Signalvariante gehe, dann kann ich mir bei manchen Fahrzeugen es ersparen, dass ein CAN-Bus auch erst nach einer dreiviertel Stunde zum Beispiel, so Fahrzeuge gibt es, runter fährt und so lange meine Endstufe an ist und somit auch den hohen Ruhestrom braucht, wenn ich so eine alte Endstufe drin habe, die einfach mehr Ruhestrom braucht, dann habe ich halt einen unnützen Stromverbrauch für das, dass ich es eigentlich auch anders machen kann über die DC Schaltung. So, hat aber auch den Nachteil, da kommen wir wieder auf diese Navi-Ansage, wenn ich zum Beispiel Auto fahre und ich habe meine Musik ganz auf Leise, weil ich sage, ich habe gar keinen Bock auf Musik, will aber eigentlich eine Navi nebenher laufen lassen, weil ich irgendwo hinfahre, dann kann es mir natürlich auch da passieren, dass mir die Navi oder mein System hier, das ich gerade einbaue, ein paar Wörter verschluckt, weil ja, wenn ich keine Musik höre und ich bin auf Signal eingestellt, ist ja die Endstufe erstmal ganz aus, die schaltet ja dann ab, wenn zwei Minuten lang kein Signal erkennbar ist, dann sagt das Ding hier mal abschalten, jetzt kommt meine Navi-Durchsage, das ist ja wieder ein Signal, dann sagt er, da kommt wieder ein Ton, schalte bitte schnell an, die Endstufe schaltet an und bis natürlich die das Signal durchschalten kann, ist es dann vielleicht nur noch die zweite Straße rechts, anstatt in 100 Metern die zweite Straße rechts, weil es den ersten Teil verschluckt, das ist aber systembedingt, das muss man nur vorher mal wissen, dass es dann auch so ist, was das für Auswirkungen hat, in der Regel lasst ihr den auf DC stehen und seid total glücklich mit dem Helix AAC.3 in neuester und in coolster Innovationsqualität, was halt Helix so zu bieten hat. Genauso wie den AAC.3 als High-Low Adapter kannst du natürlich bei uns das Cinch Kabel und das Anschluss Set und auch viele andere Sachen bei uns im Webshop kaufen und wo kauft man bei ARS24.com. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich immer riesig, wenn ihr ein Abo von uns nehmt, damit ihr auch kein neues Video von uns verpasst oder einen Kommentar bei uns hinterlasst, dann können wir lesen, gefällt euch das, was gefällt euch, was wird euch besser gefallen. Danke fürs Zuschauen, euer Olli.